Hallo, ich heiße Jill. Es kann sein, dass du in Graz wohnst, aber nicht an den Kommunalwahlen teilnehmen darfst. Du kannst jedoch für den Migrantinnenbeirat Graz stimmen. Der Migrantinnenbeirat vertritt deine Interessen und berät die Stadtpolitik und die Stadtverwaltung. Wenn du interessiert daran bist, dich politisch zu engagieren, ist er die richtige Adresse für dich. Der Migrantinnenbeirat setzt sich aktiv für ein gutes Zusammenleben aller Menschen ein, die in Graz leben. Der Migrantinnenbeirat organisiert zusätzlich auch interessante Veranstaltungen und Feste und trägt somit dazu bei, Graz bunter und diverser zu machen. Er arbeitet eng mit den verschiedenen Migrantinnenvereinen und Communities, die es in der Stadt gibt, zusammen. Falls du Interesse hast, bei einem Migrantinnenverein mitzumachen, melde dich beim Migrantinnenbeirat. Der kann dir weiterhelfen. Auf ihrer Website unter www.graz.at-migrantinnenbeirat findest du viele Informationen. Dieses Video ist im Auftrag von Südwind im Rahmen des Projektes ASAP entstanden.